Moins und willkommen zu einer neuen Folge. Dollar ist close. Hä, wieso nicht Dollar? Dollar, wird das nicht so geschrieben? Dollar. Dollar. Ah, nein, es ist mit Eier. Ich bin ein bisschen spät in die Runde. Ach, guck sie an. Von Bunkel. Die Idee, ja. Runde 1, perfekt. Mülltonne, riese Brieftasche. Riese, komm. Wir machen einmal einen kleinen Strich. So. Warte, nee, so will ich das machen. Malen will ich gerne. Dann malen wir hier den Menschen. Wieso ist der für immer so dick? Wehe ich gar nicht. Tennis. Und dann haben wir den Menschen. Der kriegt auch noch ein bisschen dickeres. Scheiße, ich kann nicht malen mit dem Dings. Ja, na ja, na ja, na ja. Fett, ey. Ja, und Nagel hat's. Oh, ich kenne die Leute alle gar nicht. Oh, 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 oh. Äh, wie macht das? Kann ich da, ich kann das doch voll machen, ne? Eimer. Rot. Zack, blau. Zack. 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 Perfekt. Zack. Ups. Ja, Riese, Alarms. Ich krieg 170 Punkte. Ja, das hab ich noch gut hingekriegt. Das war echt cool. Drei Runden haben wir übrigens, so wie ich sehe. Gibt's mal jetzt. Aisha. Oh, hier hab mal Eimer. Aha, Haus? Ne. Fünf Buchstaben. Zum Treppe. Ne, was soll das sein? Dampf? Vielleicht ne Dampflok? Ne. Rauch. Jawoll. Oh mein Gott. Ich war erster. Das erster, als ich das Spiel spiele. Bin jetzt weiter an der Tabelle und jetzt erster. Also jetzt erster geschafft. Das sollte. Auf jeden Fall gut sein, ne? Kriegsmalt. So, Cotilip. Was schaffst du? Was soll das? Was macht der da? Wenn man keine Zeit hat. Komm, Cotti. Ja, Rauch. 410. Äh, ja. Ich bin immer noch Zweiter. Mist. Knockel. Ja, das ist der Erste. Gut. Jetzt muss ich das schaffen. Sklubblei. Oh. Äh, ja. Knockel. Vier Buchstaben. Haus. Schade. Gleichzeitig. Äh, Loch. Oh. Einfach nur Loch. Reifen. Geld. Zack. Nee, nicht Geld. Rand. Ja. Ich hab's geschafft. Erster. Hey, yo. Let's go. Hey, yo. Let's go. Ich hätte zwei Runden krieg ich in die Aufnahme, aber das wird's, oder? Zwei krieg ich zwei? Oh, 20% Rabatt auf Ebay, ja. Irgendwas war da. Pfand. Oh, Lisa. Jawohl, 415. Ich bin Erster. Save. Raten kann ich. Knollis. Oh, das ist ein längeres Wortfuck. Horizont. Horizont. Schade. Hätte das sein können. Äh, Kasten, Tür, Fenster. Mensch. Mensch. Maschine. Wie hat er das Wort? Roboter. Jawohl, da hab ich's auch. Oh, Mann. Maschine war nah dran. Das muss ich ernsthaft sagen. Maschine war wohl gut. Aber ich glaub, das war meine Position als Erster. Ich glaub, Noggle war einer der Ersten. Ach, komm. Cotty, Lip und Lizza. Null Punkte. Oh, Lizza hat's. Horoskop. Kriegt auf jeden Fall einen Daumen hoch. Das klingt auf jeden Fall niedlich. Ist vorbei. Roboter. Ja, komm, Noggle. Bin ich erster. Ich bin immer noch erster. Hey. Ich schau. Danach bin ich. Nee, ich bin nicht dran. Danach kommen noch Lisa und Pony und dann Cotty. Oh. Äh. Äh. Kasten. Äh, nee, das war's natürlich nicht. Jetzt war's nicht angegeben. Kasten, doch, hat angegeben. Äh. Tablet. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Soll ich jetzt zum Israel sein? Oh, jetzt macht das jetzt mal noch schwarz. Ich kann leider nichts mit meinem Eimer hier machen. Fernseher, Tablette. Ich bin der Einzige, der es kann... Oh mein Gott. 4,50. Ich hab noch eine riesenhohe Führung. Round two. Lizza, komm. Die bin ich gut. Knotty-Lip. Nein, nicht Knotty-Lip und Knolle. Nein. Ich bin ich sehr mit dem einen Auge. Sieht ja cool aus. Und pink. Perfekt. Hügel. Nein. So ein langes Wort. Sonnenuntergang, Sonnenaufgang. Und? Was ist next? Jawohl, wir haben es alle. Bin erster. Ponyo, komm. Diese Runde noch, dann mache ich das auch stream weiter. Komm. Nichts. Weil er ihn jetzt gemalt hat. Äh. Brr. Aisha. Aisha, ich kenne eine Aisha. Yin und Jan? Ich glaube nicht, Yin und Jan. Das muss ein Wort sein. Brosch-LP. Nee. Bowlingkugel. Nee. Puffy, Kugelfisch. Und? Wo ist mein Kugelfisch? Oh. Oh, der ist auch echt cool gemalt. Also das muss er nicht mehr lassen. Das ist echt gut gemacht. Kugelfisch? Was hat er geschrieben? Kugelfisch. Oh, Juppufi. Ich habe ein Klumpikissen. Und ein moralisches Neckchenkissen. Komm, beilt euch. Ich will die Runde noch fertig kriegen. Kugelfisch. Hey. So, ich bin jetzt dran, ne? Was wählen wir denn aus? Marshmallow Finger Palette. Nee, ich hätte gerne den Stift und das hier. So, das wird jetzt orange gefüllt. Zack. So, dann kommt das hier. Stift nochmal diese Größe. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Pa-lu-ten. So, und jetzt malen wir die eigentliche Palette. nämlich so, 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 das ist die Palette. Eimer, braun, ups, sorry. Na gut, schwarz. Hey, das soll eine Palette sein, ihr Wurste. Ich kann das wirklich nicht. Malen kann ich nicht. Das ist, was? Ey, was soll das? Ey, ich seh das nicht an. Ne, ich seh das nicht an, dass ihr mich hier so runter macht. Ja gut, ich hab das schlecht gemalt. Palette. Mann. Ich bin alle beschissen. Sorry. Tut mir leid. Äh, Welle. Äh, Skipiste. Wieso hat Ponyo das schon? Skateboard. Äh, Skifahren, Piste, rodeln, Snowboard. Oh, okay, danke. Snowboard. Jawohl. Ich mit als Abstand erster. Muss natürlich sagen, gut gezeigt, Kripitz. Es hält klickt einen Daumen hoch noch. Ach, kann ich nicht mehr. Wiepa ist beigetreten, ey. Komm, bald euch. Die Runde soll doch komplett reingehen. Aisha. Nicht Aisha. Cookie Joint. Hey, Keks. Äh, Mund. Misage. Zahnschmerzen. Zahnschmerzen. Und? Nee, schade. Hä? Hä? Zahnbürste. Das Bühne hat mir ziemlich geholfen. Ja, mit meinem 190 war ich nicht so. Uh, ich werde eingeholt. Scheiße, Kripitz. Ich muss jetzt auf jeden Fall verkacken. Malt er jetzt nicht? Nee, es malt. Das lieb. Ja, aber das war's mit der Aufnahme. Ciao.